Ich gratuliere zum Sieg und zum Goal, schon über 20 Uhr punktische Saison, wie jetzt Frieden Sider mit der Leistung. Ich glaube, wie Heito hat es ein sauberes Defensivspiel gemacht. Vor allem 5 gegen 5 hatten Schnitt viele Chancen. Dadurch bin ich sicher sehr zufrieden. Ein hoppiges Programm liegt jetzt noch vor allem. Wie zuversichtlich seid ihr nur, dass mit einer Top 6 Rangierung klappt. Ja, aber wenn wir spielen wie Heito, sauberes Defensivspiel und vorne sind wir immer gut, dann liegt noch viel drin. Sehr gut, Dankeschön. Bitte.